Grüß Gott, liebe Freunde. Ihr kennt Bernd. Was machen wir heute, Bernd? Was haben wir hier Schönes am Tisch? Wir haben viele schöne Sachen, aber hauptsächlich frieren wir heute, weil ihr seht das hier jetzt nicht auf eurem Film. Es ist hier lausig kalt, die Halle ist wie üblich nicht geheizt und im Winter ist es hier mitunter sehr unangenehm. Aber die Arbeit an unserem Schätzchen tröstet ja über alles hinweg. Fangen wir da an. Was wir hier haben, nennen sie immer Stehbleche. Die werden um den Turmkranz von innen geschraubt und da kann man Sachen dahinter verstauen. Die Dosen, die Behälter für die Kopfhörer und für die Mikrofone drin, Handlampen drin, alles Mögliche, was man so braucht, was nicht runterfallen darf. Insgesamt gibt es davon vier Stück. Diese beiden Teile sind für die linke Seite, die fehlten völlig. Die haben wir nachgemacht anhand von Bildern von David Parker aus dem Buch Super King. Ohne dieses Buch wüssten wir in vielen Details gar nicht, um welche Teile es sich handelt oder wie irgendwelche Teile zusammengebaut sind. Das ist jetzt also ein bisschen kostenlose Werbung für das Buch, aber es ist nicht mehr erhältlich. Dann haben wir hier die Halterung für das Turmzielfernrohr. Das Turmzielfernrohr, der TZF, kurz genannt, liegt hier neben. Das hier ist die Fahrtrichtung, also die Zielrichtung des Panzers. Ich stehe hier praktisch anstelle des Geschützes und diese Wiege hier, diese Halterung, die wird unmittelbar an die Rohrwiege geschraubt und das Ganze guckt dann so aus dem Turm raus. Und dieser Schlitten hier, dieser bewegliche Schlitten ist also die direkte Halterung für das Turmzielfernrohr. Wir haben das Teil hier. Dieses Ding wird jetzt so hier drüber gehängt und hier hinten am Turmdach befestigt. Das Ganze ist hier so drehbar, weil hier hinten ist es fest befestigt, aber diese Halterung, die an der Wiege ist, die geht hier rauf und runter. Das heißt, im Grunde macht das Fernrohr diese Bewegung hier. Deshalb ist hier dieses Gelenk mit so einer umleitenden Optik. Hier sind Spiegel drin, die das Licht hier praktisch einmal um 90 Grad und dann nochmal um 90 Grad versetzen. Also hier drin wird das Licht umgelenkt und hier nochmal umgelenkt und dann zum Guckgerätkreis, zum Guckloch geleitet. Guckgerät, genau. Das sieht auch massiv aus. Bei diesem Ding ist alles massiv. Gut, was wir hier sehen, dieses TZF, dieses Turmzielfernrohr, ist ein sogenanntes monokulares Zielfernrohr. Das heißt, es hat nur eine Achse sozusagen. Hier sind aber zwei Öffnungen. Das Ganze sieht ja aus wie eine Brille. Die früheren Turmzielfernrohr-Versionen, auch das vom Tiger 1, das waren sogenannte Binokulare. Das heißt, das Ganze kann man sich hier doppelt vorstellen. Da gucken also zwei Linsensysteme raus und der Turm hatte von vorne zwei Öffnungen. Man hat, aus welchen Gründen auch immer, dann irgendwann den Schwenk zum Monokularen gemacht, hat aber im Grunde diese binokulare Brille beibehalten. Die ist nicht ganz symmetrisch, wenn man sich das anguckt. Die vom Tiger 1, da gibt es Fotos, die ist also richtig schön symmetrisch. Sein, dass wegen Witterung oder sonst was die Minse vorne beschlägt. Dafür gibt es hier diesen Wischer. Scheibenwischer. Ja, sozusagen. Hier ist im Original so ein Filz drauf gewesen oder so, der das Ding dann, der die Linse vorne freigewischt hat. Gut, als nächstes, dem Vieh waren ja viele entgegen. Das ist die Überwurfmutter zur Befestigung des vorderen Rohrteils fürs Geschütz. Die war hier verbogen. Das war jetzt kein Beschuss. Wir haben das Ganze glühend gemacht, haben das wieder in die ursprüngliche Form gebracht, mussten einige Risse flicken, speziell an dieser Stelle, und müssen hier jetzt noch ein bisschen nacharbeiten, um diese Biegung hier wieder rauszuarbeiten. Okay, was Sie hier sehen, das ist einer von zwei Zylindern, die auf der Rohrwiege aufmontiert sind. Das ist der sogenannte Luftvorholer. Der zweite Zylinder ist der Rückstoßdämpfer. Der Rückstoßdämpfer sieht ungefähr genauso aus, hat eine etwas dickere Achse, die ist auch zentral. Beim Feuern hat man hier einen Rückstoß. Ein Rückstoß des Rohres, und der wird durch den Rücklaufdämpfer gedämpft, wie ein Stoßdämpfer. Und beim Rücklaufen des Rohres wird diese Achse hier rausgezogen, und beim Rausziehen wird hier drin Luftvolumen komprimiert. Und wenn das Moment abgeklungen ist des Rückstoßes, dann zieht dieses Volumen, indem es wieder expandiert, das Rohr in die ursprüngliche Stellung zurück. Was wir hier noch aus dem Regal geholt haben, ist die originale Coax-MG-Halterung. Die wird mehr oder weniger genau wie die Turmzielfernrohrhalterung links, rechts an die Rohrwiege geschraubt. Das M-G wird hier reingeschoben, und dann wird das Ganze hier festgezurrt und so, und der Abzugmechanismus da verbunden. Das hier ist ein Hülsenfangtrichter, der wird hier so mehr oder weniger dran geschraubt. Und dieses Ding hier, das ist die Gurtzuführung, praktisch, die wird so an die Rohrwiege geschraubt. Das ist die Befestigungsmutter. Da ist das Ganze Ding hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 von diesen Muttern befestigt gewesen. Wir haben jedenfalls drei nachgemacht. Und die sind hier so konisch geformt, um zu verhindern, dass, wenn sie von einem Projektil getroffen werden, das ganze Ding senkrecht drauf geht und das nach innen drückt und sie praktisch nicht mehr demontierbar sind. Aber durch diese konische Form würde ein Geschoss abgelenkt. Dann haben wir einige Sachen an der Wanne gemacht. Hier haben wir zum Beispiel eine Spatenhalterung angeschweißt, die wir nachgemacht haben. Den Spaten, den originalen Spaten haben wir auch gefunden. Irgendwo ist er. Der liegt oben drauf auf der Wanne. Oh, okay. Auf der anderen Seite haben wir noch ein bisschen was gemacht. Und dieses dünne Stahlkau, das wird zum Beispiel hier an dieser Stelle befestigt. Warum? Und damit es hier nicht rumschlenkert, wird es auf diesem beweglichen Zapfen eben, dieser Zapfen wird gerade so bewegt, dass das Tau einigermaßen fest ist. Gespannt. Und so ein Tau, das kann man ja nicht auf den Millimeter immer gleich drauflegen. Dann kommen hier Holzstäbe drauf, die man aneinander schrauben kann zum Reinigen des Rohres. Ein solcher Halterung fehlt mir hier hinten, die haben wir nachgemacht. Angeschweißt. Und was wir noch haben, das ist eigentlich so ein Schmankerl. Man sieht es hier nicht. Hier oben kommt ein Rohr rauf, zwei Meter lang. Das wird hier auf ein dieser Blöcke geschweißt und da hinten ist noch einer. Man sieht nur die Schweißreste, der ist verschwunden. Das ist ein Rohr von ungefähr vier Zentimeter Durchmesser und zwei Meter Länge. Da kommen Ersatzantennen rein. Der Panzer hat hier hinten eine große Antenne, die im Gefecht vielleicht auch schnell mal kaputt ist. Und deshalb führt er Ersatzantennen mit sich. Das Rohr haben wir, das ist einfach ein normales Stahlrohr von ungefähr vier Zentimetern, 4,3 Zentimetern Durchmesser. Der Björn macht uns jetzt noch den Aufsatz mit Klappmechanismus und hinten ein Verschluss, der drauf geschweißt wird. Es gibt jetzt gar nicht viele, viele Panzer, die das noch haben. Munster ist, glaube ich, keins drauf. Der Jagdtiger in Kubinka hat es noch. Und da haben wir Fotos, wo wir ziemlich genau den Schließmechanismus vorne sehen. Außerdem hat der Königstiger in Kubinka das noch und der Henschel-Königstiger in Wobbingen hat auch so ein Rohr. Das ist die sogenannte Schleifring-Einheit. Die sorgt dafür, dass, wenn der Turm gedreht, die Stromversorgung im Turm geregelt ist. Man will da ja keine Knäule haben, die sich, wenn man nur in eine Richtung dreht, verdrillen, sondern das sieht im Grunde so aus, dass hier drinnen noch einige Einbauten sind. Das ist ein zylindrischer Körper mit Leitungsbahnen. Neun Leitungsbahnen, sieben dünne, zwei dickere, an denen Stromabnehmer sitzen, ungefähr so. Und dieser zylindrische Körper, der dreht sich dann um diese Stromabnehmer, wie der Turm sich eben dreht. Die Stromzufuhr für die Stromabnehmer, für die Leitung, die kommt von dieser Seite. Und die Abfuhr sozusagen in den Turm geht hier oben aus. Dieser Leitungsbaum, der Kabelbaum, an diesem Kasten 5C angeschlossen wird. Und von der Schleifring-Einheit geht hier so ein Kabel, so ein Strunk, direkt zum Kasten 5C. Wo das Ganze dann verteilt wird. Und die ist eben sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben das hier mit einem Blech wieder versucht, etwas anzugleichen. Das ist hier wirklich sehr stark ankorrodiert. Wir werden das jetzt hier verspachten, nur ein bisschen. Mit Schweißen ist hier nichts, weil das Blech auch zu dünn ist. Und das Inleben bin ich gerade beizumachen. So ungefähr sehen diese Stromabnehmer aus. Die Kontakte habe ich jetzt abgemacht, weil das sauber gemacht wird und so auch die Kabelanschlüsse. Und die sitzen dann im Grunde hier auf so einem Gestell so. Und dieser zylindrische Körper, der dreht sich dann so drum. Das sind die für die Großen. Und die für die Kleinen, die sind ein bisschen klein, aber sehen im Grunde genauso aus. Ja, willkommen im Turm. Ihr kennt euch ja aus mittlerweile ein bisschen. Ihr seht hier, dass der rechte von den beiden Zylindern, über die ich gerade gesprochen habe, schon drin ist. Das war eine ziemliche Mühe, dieses Ding in den Reiz zu kriegen. Erstens vom Gewicht, zweitens vom Manövrieraum hier. Wir mussten das Rohrstück ein bisschen rausziehen, damit dieser Gewindestab hier reinkommt. Hier kommt der Luftvorholer rein. Das letzte Mal habe ich dieses Ding hier ertürmlicherweise, glaube ich, als Turmzurrung bezeichnet. Das ist die Rortzurrung. Die Turmzurrung, die wird hier vorne befestigt. Was wir hier haben, ist die Halterung für das Scherenperiskop. Das Schereperiskop, das wird hier befestigt. Und hier kommt dann dieses eigentliche Schereperiskop rein und wird hiermit festgebunden. Gut, dann haben wir mittlerweile auch den Kabelbaum hier eingezogen. Das sind die ganzen Strippen, die eigentlich abgehen von dem Kasten 5C, der hier unten an der Halterung der Bearbeitsplattform angeschraubt wird. Der Kniff hier dran an diesem Kabelbaum ist, dass die großen Kabelbäume, auch in der Wanne, hier in so einem Textilschlauch liefen. Hier gehen also, wie gesagt, diese Strippen von dem Kasten 5C hoch. Die zweigen sich hier ab, gehen hier oben hoch. Das hier ist zum Beispiel, hier sind die Kommunikations- und die Stromversorgungsleitungen drin. Das hier ist so ein Dreierkabel. Das geht zum Kastenpanzer 21 hier oben. Das ist für die Kommunikation, für das Mikrofon und für den Ohrhörer des Kommandanten. Das hier geht zum Ventilator, der bei uns leider nicht vorhanden ist. Und das hier geht zu einer Lampe, zu einer von 1, 2, 3 Lampen hier oben im Turm. Ventilator, Steckdose. Dann geht es hier hinten weiter zu einer Steckdose für eine Handlampe, für die Beleuchtung der Turmzielfernrohr-Einrichtung. Und hier hinten gehen zwei Strippen weiter zu einer Lampe und zu einer Steckdose. Und diese Steckdose stellt den Strom für die Abfeuerung bereit. Die Abfeuerung ist also nicht fest, sondern die wird immer mehr oder weniger aktiviert, wenn man das so will, indem so ein Stecker in diese Steckdose gesteckt wird. Und dann hat der Kreislauf Strom. Und das hier ist das Blech, was du gemeint hast. Ja, genau. Wo die Sachen reinkommen. Genau. Stau. Dieses da, das steht da schon, das ist ein Original. Das eine Original ist noch unterwegs, das kommt da hinten hin. Und die beiden, die die Geräte gesehen haben, die kommen hier hin, beziehungsweise hier. Ja, und dann, wie gesagt, von diesem Kabelbaum hier noch ein Abzweig. An dieses Stehblech sozusagen wird noch so ein kleines Schaltbrett dran geschraubt. Da ist nur eine Steckdose, ein Schalter und eine Verteilerdose drauf. Die Lampen hier und diese Steckdose, die werden geschaltet. Der Ventilator und die Abfeuerungsanlage, die sind, die Kreisläufe, die sind fest. Das Zielvisier, wo kommt das hin? Was wir uns da hinten angeguckt haben, das wird hier angeschraubt. Also diese Halterung, die steht dann so und die Brille, die steht hier vor. Und das Zielfernrohr, wo ist die Halterung, die wird hier angeschraubt. Und das Zielfernrohr, das wird dann ungefähr so diese Position hier haben. Dass das hier zu sich zu sehen ist, auf dem Bild. So, jetzt sind die Fotos wieder wichtiger als die Arbeit. Die Kommunikation, nicht Fotos. Lägt das Ding ab oder so. Lägt das Ding ab oder so. Wie steht das Ding? Man. Zack. Das würde auch gehen. Ja, muss doch was richtig hinnehmen. Ja, so. Ganz optimal ist es nicht. Das Ding muss einfach, was heißt einfach, einfach ein bisschen nach hinten geschoben werden. Ja, jetzt leckst du mir ein bisschen Spucken. Alles. So, fertig? Ja, Spucken. So, probieren wir es jetzt. Muss wir ein bisschen drehen. Fantastisch. So. Fantástico. Hängt er da drin? Hängt er am Anschlag? Mhm. Jetzt hängt er am Anschlag. Der ist jetzt reingerutscht mit dem Anschlag. Ehrlich? Ja. Ne, hier kommt. Hier, ah, da ist ein Absatz. Der ist ein Absatz. Ah. Der ist im Lager drin, an der Lagerfläche ein Absatz. Ah, wie Absatz. Irgendwo war noch so ein kleiner Block zum Festschrauben. Aus dem Block, ich mach kurz. Hm. Letzten Endes haben wir zu zweit mit dem Bernd diesen Rohrvorholer reingekriegt. Worauf ich auch ein kleines bisschen stolz sein kann. Es geht also weiter mit der Restaurierung. Bleibt dran, Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wenn ihr noch mehr interessantes Geschichtsmaterial möchtet, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Das kostet nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit mich finanziell zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, eine Spende oder einen Kauf von Sachen im Wassershop. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank und Tschüss.